Ja, ich hab wieder die Anhalation gewählt, als Tagesmission, wie auch immer. Oh ne, Moment. Oh, der hat sich selbst überfahren, das ist natürlich cool. Aber jetzt ist nur die Frage... Ah, ich hab doch Zoom. Mal sehen, wie gut ich den ausnutzen kann. Ich hab sie doch noch gehört. Hm. Wieso kann ich da nicht auf die Stufe rauf? Ist natürlich ein bisschen blöd, aber naja. Ist halt so. Da kommen die anderen Jungs aus meinem Team. Und Mädels natürlich auch. Oh. Der hätte mich eiskalt erwischt. Oh, wo bin ich denn hier, verdammt. Ah, komm schon. Jetzt hab ich ihn zweimal mit dem Sniper erwischt. Ah. Jetzt hab ich ihn. Okay. Zeit versetzt. Ist das jetzt noch wirklich was? Ja, ja. So. Wo sind die hier? Wo sind meine Gegner, die ich hier irgendwie... mal mobben muss? Wenn ich das denn überhaupt mit meiner Internetverbindung kann. Ich hab natürlich mal wieder im Ping, wie sonst was da. Von daher... Verdammt. Das funktioniert also nicht. Okay. Jetzt hat er das geschlossen. Nein. Wow. Verdammt. Äh. Ja, genau. Mal ohne Sniper rein. Ähm. So. E. Wups. G. Mal sehen. Das war jetzt natürlich nicht so optimal, aber... Wenn ich da mal eine hinschieße... Hm. Okay. Ich versuch jetzt einfach mal... Ähm... ...mich hier an den Panzer ranzumachen. Komm schon. Zielen. Hm. Sicher doch. Ha. Headshot. Wie geil ist das denn? Mit der Pistole. Bin ich mit der Pistole besser als die... Na. Gut. Das war jetzt abzusehen, dass ich das nicht schaffe, aber... Hey. Immerhin. Immerhin hab ich einen mit der Pistole gekickt. Wow. Super. So. Jetzt weiß ich zumindest mal, wo die alle sind. Mal nachladen. Neh, mal. Wo ist denn hier? Hier. Hallo. Granate. Nate. Okay. Ich hab also keine Granate. Okay. Wieso hat er bei mir die Granate nicht genommen? Ich hab die ganze Zeit auf 4 gedrückt, aber der wollte nicht. Hm. Na dann. So. Jetzt. Wie wär's, wenn ich mal... Was sind die hier? Oh, fett. Komm schon. Komm. Hinten erschießen ist doch echt gemein. Hm. 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 Ähm. Okay. Alles klar. Natürlich. Mal wieder keinen Schaden angerichtet. Ping von 460 MS ist natürlich schon auch eher Bullshit als sonst irgendwas. Was bin ich dann hier? Bin ich dann hier? Ups. Okay. Das war jetzt natürlich nicht so gut. Hm. Ich hoffe mal, hier komm ich irgendwie... ...irgendwo hin. Okay. Wow. Okay. Ja. Das waren 1, 2 Leute zu viel. Ähm. Nicht nur für meinen schlechten Punkt. Muss man dazu sagen. Es war generell ein bisschen zu viel. Okay. Dann wollen wir doch mal sehen, ob wir hier einen erwischen. Normalerweise müssen hier ja welche sein. Hm. 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 Irgendwie haben sie mich da um die Ecke erschossen. Warum auch immer ich da so einen schlechten Ping habe im Endeffekt. Naja. Oh. Verdammt. Was ist das hier denn? Ich hatte auch echt mal einen besseren Ring. 400 knapp. Wenn dieser Wett mir wenigstens zum Vorteil irgendwie was helfen würde, dann wäre das ja noch was anderes. Aber dass es ja nachteilig ist für mich, dass ich dann eben anlaut erschossen werde, ist eben kacke. Hops. Wow. Ich habe einen gekillt. Was würde ich sagen? Habe ich den... Haben wir ihn gestoppt? Nein. Ich glaube nicht. So, mal sehen, ob wir jetzt hier irgendwen erwischen können, bevor der... Nö. Irgendwie ja nicht. Obwohl ich dann doch irgendwie den Partner... Hm. Den einen habe ich definitiv ziemlich heftig erwischt. Ähm. So. Okay. Boah, nee, ey. Von oben. Im Ernst? Das gibt's jetzt nicht. Ich geh da hoch. Es ist mir jetzt wurscht, ob die da oben stehen oder nicht. Ich geh da hoch. Respawn, respawn, respawn. So. Ist sie denn jetzt... Haben wir sie denn da errichtet? Boah. Komm schon. Kein einziger Treffer. Ich habe doch schon eine Zeit lang da überlebt. Aha. Aha. Okay. Hey, ich habe einen... Wie ist das denn? Jetzt muss ich nur noch... Äh... Wie kamen die denn zum Fenster reinverflügt? Im Ernst? Die kamen doch durchs Fenster reingesprungen. Ähm. Ah. Mein Gott, ey. Uh. Wow. Da ist wohl einer. Ah, oder den hat's gerade erwischt. Je nachdem. Ach, komm schon. Okay. Probieren wir es mal als... Weifung rein. Ähm. Vielleicht können wir ja da was reißen. Oh, verdammt. Eigentlich dachte ich... Hier wäre jemand. Hallo. Ja, eigentlich. Hashtag irgendwas. Naja. Den hab ich zumindest mal ertrocken. Oh, ne. Jetzt hat mich es dann doch erwischt. Aber... Immerhin... Hab ich den einen fast erwischt. Ähm. Und es gab ein Assist. Nicht besonders gut, aber... Es hilft. Was zum... Verdammt. Ah, okay. Wenn jetzt mein Ping mal ein bisschen... Höher wäre als... 600. Dann wäre das doch schon mal ein Anfang. Tschüss. Lass mich doch mal ein paar Leute erschießen, bevor du mich da über den Haufen knallst, okay? Das wäre sehr freundlich. Dankeschön. Mal sehen, ob ich da durchkomme. Nicht schlecht, aber ich werde sie wohl nicht treffen. Oh. Nein! Gegner, verdammt. So. So. Jetzt hab ich hier eine Granate reingeworfen. Ey, ich hab sie. Das gibt's ja nicht. Wow. Oh, scheiße. Ist zu. Was ist denn das jetzt? Dafür ist hier jetzt auf. Hm. Okay. Okay. So, jetzt hab ich mit ihrer Waffe mal ein bisschen was zurückgefeuert. Äh. Hat aber nicht ganz so viel geholfen, weil die ganzen Treffer haben irgendwie nicht gezählt. Schöne Scheiße. Nein, ich wollte auf. Geil. Nein, ich wollte eine Granate nehmen oder irgendwo hinten in die Richtung werfen, aber das wollten sie mir wohl nicht gönnen. Ah, da ist diese blöde Kuh. Ah, das können wir, das können wir regeln. Lass mich raus, lass mich raus. Komm schon, komm schon. Nie so lange Respawn-Zeit. Nee, nicht mit dem Sniper. Hier, das gibt's doch nicht. So, geht's eben da raus. Hauptsache, ich erwisch die Tante, wenn sie noch da ist. Nein, ist sie nicht. Hm. Okay. Okay. Ich glaub, ich weiß, wo ich jetzt lang geh. Einfach mal als Versuch. 12 zu 23. Ja. Okay. Und kein einziger Treffer hat gezählt. Obwohl ich dann doch noch ein paar Sekunden überlebt habe. Und die nehmen uns da ganz schön in die Zange. Das ist echt nicht gerade lustig. Hey, wenigstens ein oder zwei Treffer haben gezählt. Alter, so. Schon mal nicht schlecht. Okay. So, jetzt werden wir unsere Redner angezeigt. Das ist schon mal recht praktisch. Ja, ja, ja. Nein. Yes. Yes. Ich hab einen gekillt. Ich krieg Punkte. Ey, komm. Ich hab die doch schon vorher erwischt. Also bitte, ja. Das ist doch irgendwie nicht mehr ganz so lustig. Ja, aber in den 16 Sekunden können wir eh nichts mehr reißen. Von daher. Hm, hm. Aber vielleicht kommen wir noch zu dem nächsten Punkt. Aber eher auch nicht mehr. Ah. Ah. Ah.